Mahlzeit Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge Red Dead Redemption 2 hier auf meinem Kanal. Wir spielen hier vorne weiter, ich habe es in der letzten Folge gesagt, ich überspringe die Reise. Und wenn ich hier mal auf der Karte kurz zeige für euch, wir sind hier oben bei Polter. Und rechts, direkt bei uns in der Nähe, müsste quasi das Ziel sein. Ich bin jetzt hier erstmal angestrandet, kann man so sagen, weil ich gucken möchte, ob es hier eine Postkutschenverbindung gibt. Ausdauer, 50% Fortschrittstufe 6. Geil wäre auch endlich mal irgendwie Striegelzeug für mein Pferd. Aber so wie ich das hier sehe, ist hier gar nichts los. Moin, nichts. Ein Ofen. Der kennt nichts, ne, der rennt hier einfach rein. Ach. Freunde, ich erkenne es wieder. Ich glaube, das ist dieser Pleas, wo wir angefangen haben. So, dann rufen wir mal unser Pferd zu uns. So, auf dem Weg hierhin sind mir zahlreiche Wölfe begegnet. Das war nicht so cool. So, ich mache mir kurz mal noch eine Markierung hierhin. Wir gehen jetzt ja hier hoch. Das ist der richtige Weg. Alles klar. Nein, Karte haben wir gerade gesehen. Und, es geht weiter. So, ich habe mir übrigens einen kleinen Trick überlegt. Für längere Reisen. Sollte ich keine Postkutsche haben, habe ich hier vorne eine Taxikarte. Von einem städtischen Taxi-Unternehmen. Und, ähm, die klemme ich mir dann quasi. Zwischen, ja. Zwischen die X-Taste und den Controller. Also, dass die X-Taste dann eingedrückt wird. Und ich in der Kinokam... Und ich mit der Kinokamera einfach nur dem Weg folgen kann. Meine Güte. Wirklich. Okay, hier komme ich anscheinend eher schlecht durch. Über diesen eingeschneiten Hügel. Hier wird es gehen. Dankeschön. So. Und, ähm, ja. So habe ich dann quasi Zeit gehabt. Für eine kleine Nebentätigkeit. Ich glaube, ich bin In-Game-Zeit. Einen halben Tag und die ganze Nacht geritten. Zumindest die ganze Nacht. Wenn es am Ende der letzten Folge schon gedämmert hat, bin ich auf jeden Fall hier morgens an der Dämmerung angekommen. Dann war es safe die ganze Nacht. Und was ist das? Ein eingefrorener See. Suche im Lager nach Flaco Hernandez. Oh. Das ist natürlich jetzt hier mal... Das ist natürlich jetzt mal... Das hört sich ein bisschen bedrohlich an. Ja. Entschärfen. Oh, da haben wir aber drei Leute. Tötet den Schwachkopf. Digga. Alter. Ich brauche Deckung. Lauf. Flieh. Ich muss mir hier gerade irgendwie Deckung suchen. Oh, sie schießen immer noch. Kehre zum Lager zurück. Ja, du bist gut. Ich kriege hier voll die Schotze ab. Moment mal gerade. So, Freunde. Boah, komm schon. Ein bisschen laufen. Wo ist der Nächste? Da unten. Down. Wo ist der Nächste? Wo ist der Nächste? Wo ist der Nächste? Da ist er. Da ist er. Oh, ich hab's geschafft. Steck die Waffe weg. Ähm. Gegenstände. Oh, ich hab... Moment. Kann ich direkt noch eine reinhauen, bitte? So. Wow. Das war übel. Okay. Shit. Okay. Vielleicht müssen wir hier nochmal schuten. Rufen. Okay. Krasse Jacke, alter. Nice. Okay. Jetzt hab ich's raus, Mann. Kamera in die Hand nehmen. Wow. Die... Jetzt hab ich die... 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 Die Schüsse hier aber raus, Mann, ey. Das war nice. Hab ich's gepackt? Flintenmunition. Was hat er hier denn noch so rumliegen? Sag mal. Na, ich hab immer noch die Cam. Ah, jetzt hab ich sein Gesicht wahrscheinlich. Zoom. Alter. So, und was hat er hier für eine Waffe gehabt? Ich muss immer noch die Kamera in die Hand nehmen, oder was? Selbstportrait? Muss ich ihn erst irgendwie irgendwo anders hinlegen, oder so? Oder warum ist das hier so laggy buggy, meine ich? Oh, ich hab ihn noch... Ach, du Scheiße. Na ja, plönern kann ich ihn nicht. Was haben wir hier? Abgesägt ist Schrotflinte. Ja, nee. Ah, nee, die... Hab ich nicht sowieso schon so eine Schrotflinte mal gehabt neulich? Um die Ecke? Kannst du ihn bitte wieder aufheben? Dankeschön. So, steck mal weg. Nehmen Kentucky Bourbon. Premium Zigaretten. Hab ich keinen Platz mehr dafür? Okay. Ähm. Dann lass mich gerade mal in meiner Tasche nachgucken. Ich hab doch hier sowas wie eine Zigarre. Benutzen. Vielleicht kann ich sie jetzt aufheben. Die Premium Zigaretten kann ich immer noch nicht nehmen. Okay. Dann sind meine Taschen anscheinend voll. Und wir haben hier... Ne, da ist eine Truhe. Jawohl. Untersuchen. Schatulle. Da liegt noch ne Knarre. Ginseng Elixier. Und Gewehrmunition oder was? Und ne Karte. Giftfahrtkarte. Schatzsucher. Dokument untersuchen. Naja, das machen wir... Ja komm, lass uns das mal gerade jetzt machen. Äh, Giftfahrtkarte. Schatz. In einer alten Hütte nahe Kern Lake hast du eine Karte gefunden, die in einer Kiste unter einem Bett versteckt war. Suche mit Hilfe der Karte nach einem Schatz. Entdecker 2 freigeschaltet. Finde einen Schatz. Was war das? Flakos Revolver. Flakos Revolver. Lass kurz gucken. Oh, der sieht aber auch schön aus. Lass den halt nehmen. Ist egal. Ich glaube, die haben alle dieselben Stats. Okay, du hast die Entdeckerherausforderungen freigeschaltet. Siehe in deinem Protokoll nach, um weitere Informationen zu erhalten. So, ähm, was ich mich jetzt frage, wir haben hier alle Leute, ähm, gefunden. Und jetzt müsste ich ja theoretisch dieser fremden Person hier im Saloon, welche hier vorne war, äh, ja, hier genau. So, da sollte ich dann ja mal hinreiten, weil der Typ da ja saß, ne? So, Freunde, da sind wir wieder in der St... In der Stadt! Was geht? Warum rennt das Pferd denn bitte so heftig im Weg? Kann ich mein Pferd jetzt hier anbinden, bitte? Nein, ist ja gut, Entschuldigung. Meine Güte. Nur weil mein Pferd ein bisschen blutverschmiert ist. Ich würde gerne wirklich... Wirklich gerne mal dieses Striegelzeug kaufen. Soll ich ihn jetzt mal befragen, wo der andere Typ rumlungert? Barkeeper. Ein bisschen was zu essen. Na klar. Dankeschön. Bevor ich mir selber was mache. Ich bin ja gerade hier. Dadurch, dass ich jetzt hier so lange zurückgeritten bin... Was ist denn hier vorne? Solo-Off? Was auch immer das sein soll. Vielleicht dieses Spiel mit dem Messer und der Hand. Ich hab keine Ahnung. Okay, hier war der andere Typ drin. Ja. Der ist ja jetzt echt schäbig. Der ist ja jetzt echt schäbig. Vielleicht ist er in dem anderen Saloon. Der Zeitungsjunge, der interessiert mich auch null. Wo war denn der andere Saloon? Hier vorne. Oh, und der Barbershop ist endlich freigeschaltet. Wir können uns eine neue Frise leisten. Hier können wir Glücksspiel einraushauen lassen, tun. Oh, guck dir das an. Barkeeper. Barbier. Haare schneiden. Zielen, ey. Haare, bitte. Frisur. Nö, ich glaube, den Rauschebart, den lassen wir einfach. Was redet denn dieser Trapper hier die ganze Zeit wie so ein... Was auch immer das war. Naja, der andere Typ scheint jedenfalls nicht hier zu sein. Wollen wir mal nach oben gehen und gucken, ob wir uns hier amüsieren können? Ach ne, da unten sind ja auch Frauen. Vielleicht können wir da mal anklopfen. Was ist hier denn los? Kann ich mich hier waschen? Ja, zeig mal. Schade. Keine Interaktion möglich. Ja, doch, aber... Ich kann's halt nicht. Hier geht's wieder raus. Super. Okidoki. Ja. Gut, dann sind wir hier ja jetzt fertig. Was war hier nochmal? Die Bank. Oder was war hier drin? Ach ne, der Grocery. Da können wir ja unsere Sachen nicht verkaufen. Jetzt möchte ich doch mal gerade wissen, was ich machen muss. Ich gucke mir mal meine Karte an. Da wird hier einiges draufstehen. Die nächsten Missionen gibt's bei uns im Lager und halt hier ganz außen. Okay, dann würde ich sagen, kehren wir nach Hause zurück und dann gucken wir mal einfach, oder? Dann gucken wir mal einfach. So, alles klar, wir sind am Ziel. Unsere Vorräte sind immer noch red, Alter. Lagerkasse 138. Pferd anbinden. So, das hat doch ganz gut geklappt. Wir sind rasiert. Und, ähm, das Erste, was ich jetzt erstmal mache, bevor ich irgendwas anderes mache, ist, mich umziehen. Weil wir ja wieder in den wärmeren Gefilden sind, ne? Grüß dich. Ähm, hier vorne umziehen. Wollen wir mal ein ganz anderes Outfit nehmen? Revolver hält Sommer. Also hier einfach nur keine Jacke an, anscheinend. Gesetzloser. Schläger. Grobian. Rebell. Spielereigenes Outfit. Ich glaube, das hatten wir an, ne? Okay, ziehen wir das an. Revolver hält Winter. Ist im Sattel, oder was? Vom Pferd entfernt. Ausrüsten. Ah ja, okay, cool. Ähm, okay. Done. Taschen. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal noch zu unserem... Moment mal gerade. Habe ich hier hinten noch was? Rasieren geht, ja, bla bla bla. Hier hinten müsste doch noch was sein. Ist aber anscheinend nicht. Naja, okay, gut. Der Tag neigt sich auch schon wieder dem Ende. Das passt mir eigentlich ganz gut. Dann wollen wir nochmal hier kurz zum... zum Schlachter gehen. Zum Schlachter. Wo ist er denn? Hier, da vorne ist er. Gucken aber mal trotzdem hier. Verbesserung. Mr. Morgan, bring me some Materials. Arthur ist unverkennt. Hä, der Tasche? Was brauche ich denn dafür? Kaufe Lederbearbeitungswerkzeug. Wo kann ich das denn kaufen? Arthur ist Unterkunft. Widerschädel. Habe ich nicht... Ich kann quasi gar nichts machen, ne? Johns Unterkunft. Wildschweinfell. Lagertische. Kaufe Lederbearbeitungswerkzeug. Speisewagen. Muss ich viermal verbessern. Gabelbock-Kadaver. Perfekte. Ach du Scheiße, ey. Ach du Scheiße. Wow, das kann echt heftig werden. Bodenbedeckung. Verbesserung für Lagerfeuer. Ziegenfell. Vapiti-Geweih. Hängende Knochen. Scheiße, scheiße, scheiße. Was haben wir denn hier an Spenden? Hasenfell. Kann verkauft werden. Fettes Vogelfleisch. Na ja, komm, das behalten wir erstmal. Ähm, okay. Hey, ich würde sagen, ich ruhe mich dann aus. Ich lege mich dann hin. Und in der nächsten Folge starten wir wieder hier um. Ja. Ich denke, wir werden mal wieder eine Mission machen. Entschuldigung, hier war die Morgan, Alter. Äh. Wir werden mal wieder eine Mission machen. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Anschalten. Bis denne. Tschüssi Kowski.